Dramatische Rettungsaktion in Indien. Dieser Elefant fällt in einen verlassenen Brunnen im Dschungel und kommt nicht mehr heraus, doch die Hilfe eilt. Der Zustand des Elefanten ist kritisch. Er steckt fest im Wasser, umgeben von Sand. Nur sein Kopf ist zu sehen, doch Hilfe naht. Dank eines Försters wird ein Rettungsteam alarmiert. Dieses ist schnell da mit einem Bagger. Mit etwas Hilfe wird ein Rettungsweg geschaffen. Der Dumbo packt mit seinem Rüssel kräftig mit an. Und dann der ergreifende Moment. Sein Vorderbein ist draußen, gleich darauf das Nächste. Das schwache Tier wälzt sich, stemmt sich ab. Mit aller Kraft zieht der Elefant sich hoch und befreit sich schließlich aus der Falle. Zunächst ist er desorientiert, schlägt zweimal mit dem Kopf gegen den Bagger, als würde er Danke sagen. Begleitet von jubelnden Zuschauern verschwindet der Elefant erleichtert im Dickicht des Dschungels. Untertitelung des ZDF für funk, 2017